Die größten Potenziale in deinem Leben bist du selbst. Willkommen zu Lieders Voice, mein Name ist Patrick, ich bin heute deine Fokusbegleitung. Das größte Potenzial, was du ausschöpfen kannst, bist du selbst. Du brauchst niemals versuchen, jemand anderes zu sein. Wenn du selber in die Güte kommst, wenn du selber in die Selbstverantwortung kommst, in die Kreativität und Vielfältigkeit deines Lebens und deines Seins, erst dann kommst du wirklich auf ein ganz anderes Level, wo du sagen kannst, jetzt kann ich Dinge erreichen, die ich vorher nicht erreichen konnte. Warum ist das so? Weil wir so programmiert sind, dass wir uns selber behindern. Und wer will schon im Leben selbst sich behindern? Also das macht ja an sich auch keinen Sinn. Und deswegen sollten wir uns selber in die Position bringen, in eine starke, kraftvolle, aber auch liebevolle Position bringen, in der wir uns selber annehmen können. Wenn wir uns selber annehmen können, dann ist wirklich alles möglich. Wenn du dir Zeit dafür nimmst, für dich selber dir Zeit nimmst, wenn du sagst, ich bin wichtig, auf eine gesunde Art und Weise, auf eine liebevolle Art und Weise, dann... Nein, es ist noch nicht zu Ende, aber ich habe es hier mal gestoppt. Willst du mehr davon erfahren? Willst du mehr Motivation und Inspiration? Dann komm doch einfach mal in unsere Gruppen bei Telegram, bei WhatsApp und krieg die volle Version von Lidas Voice. Ich freue mich, wenn du da auftauchst. Schick einfach Lidas Voice an die folgende Nummer 0176 241 429 71. Wenn du bist bei WhatsApp dabei, bei Telegram gibst du einfach auch Lidas Voice ein und du findest den Kanal definitiv. Ich freue mich und wünsche dir noch viel Erfolg bei dem, was du heute vorhast. Hab einen guten Start und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.